Musik Ja, mein Kanal heißt Förster Klaus, weil ich tatsächlich Förster bin. Und wie man es unschwer hört, irgendwo in Süddeutschland, in Schwaben. Ja, das Rätsel hieß, wie heißt diese Pflanze? Und diese Pflanze ist die Sumpfdotterblume. Musik Guten Morgen! Heute habe ich leider traurige Nachrichten für alle Tierfreunde. Aber so ist es in unserer Kulturlandschaft. Und hinter mir seht ihr Bahngleise. Hier führt also eine Bahnlinie. Und das führt dazu, dass hier die Tiere einfach einer Gefahr ausgesetzt sind, nämlich den fahrenden Zügen. Bei der Straße ist es aber das Gleiche, sei es die Autobahn oder sei es auch einfach nur der Ortsverbindungsweg. Und hier gab es heute Morgen einen Wildunfall. Hier wollte ein Wildschwein über die Gleise wechseln, sagen da die Jäger dazu. Und leider kam die Bahn angefahren und hat dann das Wildschwein tödlich erwischt. Ich zeige das jetzt noch einmal. Aber die, die es nicht sehen möchten, drücken einfach auf die Pause-Taste oder machen den Film aus. Aber auch das gehört zu unserer Kulturlandschaft hier. Der Mensch beeinflusst die Natur auf vielfältige Art und Weise. Und das ist einfach auch eine. In dem Fall jetzt eine traurige, aber das ist die Realität. So, ihr seht jetzt hier das Wildschwein. Und man sieht auch deutlich hier hinten fehlt ihm was von dem Fell in dem Bereich hier. Ich möchte es jetzt ohne Handschuhe nicht anfassen. Und da ist es ziemlich sicher von der Bahn erwischt worden. Und der Stoß natürlich von einem mehrere Tonnen schwiegenden Bahn gegen einen Körper endet in dem Fall leider tödlich. Ja, das ist das Wildschwein. Die Augen sind zu. Es ist wohl, so wie das aussieht und mit welcher Wucht da die Bahn dagegen ist, war das sofort tot. Ich kenne euch hier in aller Ruhe jetzt, so traurig das ist, aber kann ich euch mal noch die Hufe zeigen. Es ist ja ein Paarhufe mit zwei Hufen und sogenannten After-Klauen. After heißt in dem Fall nach oder dahinter klauen. Und so sieht dann auch der Fußabdruck aus, dass man die Klauen sieht, wie beim Reh. Aber hier hat man noch die zwei Abdrücke von den After-Klauen. Ja, also es ist ein Paarhufe, also Schalenwild nennen wir es, weil es Schalen hat oder Hufe. Der Förster oder der Jäger sagt Schalen und es sind zwei, nicht wie beim Pferd eins. Und man hat hinten noch die zwei After-Klauen, so sieht es aus. Und von der anderen Seite so. Ja, der Anlass ist traurig, wie gesagt, er ist Realität in unserer Kulturlandschaft und kommt immer mal wieder vor. Die Tiere müssen jetzt entsorgt werden, zu einer sonstigen Verwertung sind die nicht mehr möglich. Die gehen jetzt quasi in die Entsorgung, man könnte sagen, in die Verbrennung. Genau, die werden dann abgeholt, gibt es extra einen Dienst in Deutschland, ist toll gemacht und werden dann entsorgt. Jetzt gibt es noch das Rätsel für heute. Hier ist das Rätsel des heutigen Tages. Ich bin hier vor einem Ameisenhaufen und ihr könnt erkennen, hier ist noch gar nicht so viel los. Und in der Mitte hier ist so ein Loch. Und dieses Loch haben nicht die Ameisen gemacht. Dieses Loch hat ein anderes Tier gemacht. Und das Rätsel des Tages heißt heute, wer hat denn dieses Loch gemacht? Und warum hat er das gemacht in diesen Ameisenhaufen? Ich schicke einen Gruß nach Haus, von Förster Klaus und sage Tschüss und Ade. Ich schicke einen Rätsel des Tages.